So liebe Leute, willkommen zu meinem allerersten Let's Play Projekt, man sieht es schon im Hintergrund, Black Prophecy, ein relativ neues Spiel, nur online spielbar, im Moment noch in der Open Beta, eine Mischung aus Shooter und RPG-Games, so in etwa für die die Freelancer kennen, man kann es in etwa mit Freelancer vergleichen, fangen wir mal einfach an. Als erstes natürlich die Charaktererstellung, mit relativ vielen Einstellmöglichkeiten bei Black Prophecy, wir benennen den Charakter natürlich nach uns, nach mir, und geben dem mal so ein paar Äußerlichkeiten, die ganz hübsch aussehen. Die Frisur ist doch toll. Naja. Ja, das passt. Ich mach das hier mal relativ fix durch, weil wir wollen ja nicht unsere ganze Zeit mit Charaktererstellung verbringen. Von daher denke ich, der sieht so ganz gut aus, können wir mal zufrieden sein. Und dann geht's auch schon direkt los, ich werde gleich in den Zwischensequenzen nicht labern, dass ihr das alles so mit verfolgen könnt, da das Spiel frei spielbar ist, also Open Source, whatever. Ähm, es ist auch kein Problem, das so auf YouTube hochzuladen, ohne dass es gelöscht wird, von daher werde ich einfach meine Klappe halten. Und dann geht's auch schon los, wir werden gleich direkt ins Kampfgeschehen reingeschmissen. Ich werde dann, sobald wir eine ruhige Minute haben, ein bisschen was dazu sagen, zu den ganzen Sachen. Sie sagen, es war gegen Gott's will, dass Sabiador durchsettelt wurde von Menschen. Sie sagen, es war gegen Gott's will, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, um den Universum zu erreichen, wenn wir es in friedlich mit unseren Kreativitäten gemacht haben. Persönlich, ich denke, wir würden niemals nachdem, wo wir heute sind, ohne die Species Wars. Die Species Wars waren die Führung für unsere Kreativität. Sie bringt uns Prestige und Prozess und leden zu der Kreation einer neuen Human-Rasse. Die Species von unseren Kreativitäten, leden uns zu neuen Worlds, zu neuen Ingenuity und zu neuen Warsen. Die Warsen haben uns gemacht, was wir heute sind. Der Spirat von Sabiador ist unser konstant Kompagnon. Es ist der Beacon, der uns von Kolonien zu Kolonien. Es illuminiert die Dunkelheit. Wir reveren es. Wir honoren es. Wir würden es für ihn. Wir haben nicht mehr, als eine Intelligenz-Bitlein auf unsere Sprecher zu sparen. Das, die an den Wissen, der die Univerrse war für Menschen gemacht haben. Und das alles, was wir tun hatten, war, aus uns und die Bauten von seinen Trezissen. Findet Triemann war wie Findet den Lost Paradise wieder. Die Schleusse auf der Bauten waren absoluten perfekt. Nichts zu perfekt, manchmal. Der Triebmann war nicht die erste Planeten, sondern die 14. Also haben wir über seine Settlement mit einer bestimmten Routine gemacht. Die einzige Sache, die in unseren Weg stehen, wie es normalerweise passiert, war uns. Die Zeiten haben sich verändert, seit der Spezies. Wir sind nicht mehr die einzige Spezies im Universum. Wir werden weiterentwickeln, in verschiedene Regeln. Die Herausforderungen im Universum haben uns geholfen, die Schreckle der Evolution. Es gibt keine mehr Grenzen zu unserer Kreativität. Es gibt nur eine Entscheidung, die uns zu machen. Biogenesis oder Cybernetics. Die ganze Spezies hat ihre eigenen Methoden und Strategien für die Krieg, seit den Uprisings auf Seliador. Und sie sind fast perfekt. Aber jede Krieg muss sich enden, manchmal. Es wird sich einfach nicht verloren und sich verloren in der Geschichte. Was folgt, ist ein kosmischer Moment von Kreativität. Known als... Freiheit. Even now we're starting to create great things. Signing packs. And creating a memorial to peace. So that its emptiness might not seem quite so pointless. But just because you can't see a silent enemy doesn't mean he doesn't exist. The invisible is ever present and always near behind. So remember this. No war is ever over. Each end is also the beginning of something new. So das war das Intro. Und es geht direkt weiter. Und das war das Wachstum. Most people on board the four colony ships will soon start their new lives on a world almost too beautiful to be real. Almost too perfect to clear woods for settlements and cities. Almost too close to paradise to be cultivated and planted with monocultures. Triumon. These people have been traveling for 3 and a half light years. 33 trillion kilometers of uncertainty. They are now just 1.6 billion kilometers from their new home. Unbelievable job that they could travel a nice new path. This is the commander of the Dion. Please excuse the interruption. I'm afraid all communications are down while our route takes us past Klai. The ground dwarf is the 7th and largest heavenly body in the Iono system. If you are on one of the observation decks or looking out one of the panoramic windows, you can admire its glorious ring system with the diameter of over 3 million kilometers. What the? Battle stations were under attack and the turrets. This is not a drill. So we are... We made it. This is the colony ship Diode. We are under attack. This is the colony ship Diode. We have been ambushed or attacked by Chad Barron. We are requesting assistance. This is pointless. So we are on this Dion. As... As travelers. And we are being just attacked by Chad Barron. And... We are now defending Dion. Against... Against... Against the attackers. So, nebenbei poppen immer noch Tutorials auf, die werde ich gekonnt wegklicken, weil ich in etwa weiß, wie die Steuerung funktioniert. Daher ist das kein Problem. Die sind eigentlich nur zur Hilfe, um sich hier zurechtzufinden. So, wir müssen also jetzt hier ein paar Albinos abschießen, ich erzähle kurz noch die Anzeige von denen. Unten natürlich die HP-Anzeige, dann rechts oben das Level der Gegner und die weiße Zahl da drunter ist die Entfernung zu den Gegnern und das Symbol links oben ist welcher Rasse sie angehören. So, ich glaube hier kann man gar nicht sterben, es dauert halt seine Zeit, bis die Dinger abgeschaltet werden. So, da war gerade ein Hilfefenster zur Waffentemperatur. Waffen können ja nämlich viel überhitzen, wenn man zu lange mit denen schießt, deswegen sollte man immer zwischen den Pausen reinmachen, beziehungsweise die Waffen, die wir jetzt haben, äh, das dauert die Ewigkeit, müssen sie überhitzen, von daher ist es eigentlich kein Problem, da dauerhaft durchzuschießen. Die Waffen, die sind dann zu stark, die überhitzen nach drei Schuss, äh, da muss man dann halt gefeilt schießen und nicht die ganze Zeit einfach draufhalten. Und der nächste Albino, jetzt haben wir ja mittlerweile schon zehn Stück oder so gekillt. Das müsste auch bald vorbei sein. Was ist tyrann beim Schuss, die einen Schuss? Und der Nächste, und der Nächste, und der Nächste. Sie fallen wie die Fliegen. Wir werden so oder so gewinnen. Warum sterben sie? Einen schrecklichen Tod. Das ist hier die Frage. So, kurz nochmal zu der Rasse. Die Gegner sind ja Jet Barons. Jet Barons sind auch eine Rasse in diesem Spiel, der man aber nicht angehören kann. Wir sind sozusagen immer feindlich, egal für welche Rassen man sich später entscheidet in dem Spiel. Wir sind jetzt am Anfang ein Sapiens. Dann gibt es noch die Genites und die Tees. Später entscheidet man sich für eine der Rassen. Genites oder Tees. Das ist ungefähr wie ein WoW, Horde oder Allianz. Und Jet Barons sind halt immer feindlich, immer feindlich, egal für was, immer feindlich. Ich bin so zu lang. Ja, immer feindlich. Aufstehen hier. Whatever. Man nennt es, wie man will. Das dauert jetzt doch schon eine ganz schöne Ecke. Also ich hoffe mal, dass uns jetzt die Lenke gleich vorbei ist. Mal wieder. Was ist mit dem Drehen üben wir nochmal? Was ist mit dem Drehen üben? Die Distanz zu den Gegnern ist auch ganz wichtig, weil die unterschiedlichen Waffen haben auch unterschiedliche Reichweiten. Wie man sieht, ich kann hier gerade Gegner auf tausend Entfernung noch treffen. Es gibt Waffen, womit man eine Reichweite nur von 200 hat, wo der Gegner relativ nah dran sein muss. Und es gibt halt Waffen, die eine Monsterreichweite von bis zu 2000 haben. Das sind dann Sniperguns. Mit denen hier geht es auch ganz gut. Mit diesen Turmen. Die haben auch eine relativ hohe Reichweite. So, viel lebt nicht mehr im Himmel. Das muss gleich vorbei sein. Wenn da nicht immer neue dazu kommen würden. Oh, jetzt geht es weiter. Ich muss da diese Torpedos abfangen. An der rechten Seite, was das Tutorial gerade gesagt hat, an der rechten Seite stehen die Missionen. Die wir jetzt zu erledigen haben. Und wie gesagt, diese Torpedos sind auch speziell markiert mit diesen Dreiecken. Und die müssen wir jetzt abfangen. Wenn man das nicht tut, stirbt man glaube ich aber auch nicht. Von daher ist es nicht so tragisch, wenn man das nicht tut. Das ist nicht so tragisch, wenn man das nicht tut.